So, die Zeit ist reif. Ah, da sehe ich ja schon eins. Da vorne ein zweites, aber der Reihe nach. Hier über San Kudo ist das glaube ich. Oder ist das beim Altruist Camp? Das ist bei den Altruisten, oder? Ja. Das habe ich schon, darum werde ich es nicht mehr fotografieren können. Mano. Jetzt bin ich dann zu nahe plötzlich. Hier sieht man jetzt alle drei. Eins ist dort über der Stadt. Eins hier beim Altruisten Camp und das andere bei Fort San Kudo. Wann will ich es hasse. Warum bleibt er nicht stabil? Aber eben, ich kann es nicht fotografieren, weil ich es schon habe. Der Lamenrede kurzes hin. Und jetzt fahren wir die Romantik an. Ich komme wieder. Wann ist das warm? Ich komme wieder. Und dann, da sind, das muss ich ja schon mal vorgehen. Und dann independence. Und dann, das muss das dann gut machen. Und dann, das muss ich schon mal verstecken. Und dann, das muss ich sagen. Und dann, das muss man ja auch nicht drauf tun, Und dann, das muss man sich jetzt wieder eine Frageńczung und nach. Nein, das ist noch da, gut. Das ist das dort bei Lago St. Kulo, das habe ich auch schon. Ja. 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 Und das dritte, das überm Bauernhof, keine Ahnung, ist es eine neue Position oder eine alte? Und das ist über dem Bauernhof, das habe ich auch schon. Ja. Nein, so schön ist, fliege ich da auch drüber. Ja und das war's, mehr gibt es da nicht zu sehen. Also auch hier unten, da drüber ist es geschwebt. Aber hier gibt es nichts. Da oben. Ja. Ja.